Der 6. Juni 1980 war ein Freitag. Für die meisten ist das immer ein sehr entspannter Tag, weil man genau weiß, das Wochenende steht kurz bevor. Nur noch ein paar Stündchen, das geht auch noch herum. Alles ist einfacher, wenn man das Ziel schon sehen kann. So geht es auch der US-Amerikanerin Colleen, die alle Coco nennen. Coco war an diesem 6. Juni bei der Arbeit. Sie arbeitete für eine Telefongesellschaft. Alles war ruhig, weil Freitag bald Wochenende Stimmung. Doch ein Anruf verändert alles. Cocos Stiefmutter war auf einmal in der Leitung. Sie meinte, Coco, dein Bruder ist gleich da. Stell dich vor das Gebäude, der holt dich ab. Coco antwortet ganz verblüfft. Wie, wo war's? Nein, ich bin bei der Arbeit, wie stellst du dir das vor? Ich kann jetzt nicht weg. Ihre Stiefmutter erklärt darauf hin, was los ist und alles, was Coco am Ende dieses Gesprächs noch denken kann, ist, jetzt ist es soweit. Er hat es getan. Colleen Coco Salzgiver ist eine selbstbewusste, junge und mutige Frau. Die genau weiß, was sie einmal werden will. Und das verdankt sie ihrer älteren Schwester, Karen. Obwohl die beiden fünf Jahre auseinander sind, waren sie die besten Freundinnen. Karen war wundervoll in jeglicher Hinsicht. Sie lachte viel, liebte es, Zeit mit anderen zu verbringen. Sie war witzig. In der Schule war sie sehr beliebt, auch wegen ihrer Schönheit. Karen hatte reihenweise Verehrer. Sie wurde immer und überall als das schönste Mädchen im Raum bezeichnet. Karen hat die meiste Zeit mit ihrer Schwester Coco verbracht. Das war ihr sehr wichtig. Und Coco sagte später, sie war alles für mich. Egal was war, meine große Schwester Karen kam immer und sagte, kein Problem, das schaffen wir. So eine Person zu haben ist Gold wert, doch sie sagte auch, das einzige Problem bei Karen war, dass sie selbst immer viel zu nett war. Und so kam es. Eines Tages steht der schüchterne und ruhige Steve Strom vor der wunderschönen Karen. Steve und Karen kannten sich schon lange, so vom Sehen her, sie waren auf derselben Highschool. Steve war total verliebt in sie, hat sie aber lange nicht angesprochen, weil er sich bei ihr keine Chancen errechnet hat. So eine tolle Frau wird sich nicht auf eine Verabredung mit mir einlassen. Doch als Steve Karen dann eines Tages doch anspricht, muss er feststellen, dass Karen einfach noch wundervoller war, als alle ohnehin schon wussten. Sie hat bei der Partnerwahl gar nicht aufs Äußerliche geachtet. Sie war so nett, dass, wenn sie sah, okay, da hat jemand romantisches Interesse an mir, da hat sie gesagt, ausgehen kann man. Die Verabredung läuft dann so gut, dass auch Karen sich in Steve verliebt und von da an werden die beiden ein Paar. Alle haben sich darüber gefreut, ach wie schön, das schönste Mädchen zusammen mit dem eher ruhigen jungen Mann, das ist doch toll. Er muss auf Wolke 7 schweben. Er hat die Frau, die er all die Jahre aus der Ferne angehimmelt hat, nun als Partnerin, das schaffen nicht viele. Schwester Coco wird später sagen, zu Beginn mochte sie Steve sehr. Alles war so aufregend, klar, wenn du fünf Jahre jünger bist und die große Schwester bringt zum ersten Mal einen Mann nach Hause, das ist eine große Sache. Ja, Coco mochte Steve, bis sie ihn kennengelernt hat. Steve war so einer, wenn man ihn gesehen hat, hat man sich gedacht, oh, der ist ja ruhig, den nehmen wir ab jetzt überall hin mit, der wird seine Stärken noch erkennen und dann kommt er aus sich heraus. Und, naja, es stimmt es schon, Steve war eine Person, die kaum auffällt, aber so war er nur draußen. Daheim oder an Orten, wo er sich wohl fühlte, wo vielleicht auch nicht so viele andere Personen waren, da war er ganz anders. Wie Karens Familie schnell feststellt, muss man in einer Beziehung mit Steve eine Menge Regeln einhalten. Zum Beispiel mit anderen Männern reden war Karen nicht mehr erlaubt und auch sonst durfte sie nicht mehr viel. Auch die Tatsache, dass Steve sehr gerne oder auch bei jeder Gelegenheit tief ins Glas schaut, das musste Karen akzeptieren. Kennt ihr diese Beziehungen, wo der eine sagt, so, du darfst ab jetzt gar nichts mehr, dein Job ist es, mich anzuhimmeln und ich darf alles machen, was ich will? Ja, so eine Beziehung war das zwischen Steve und Karen. Keiner hat etwas zu ihr gesagt. Alle dachten sich, okay, das ist eine Highschool-Liebe, die bleiben eh nicht zusammen und heiraten werden die ja schon zweimal nicht. Aber von wegen. Nach dem Abschluss macht Steve Karen einen Heiratsantrag, den sie annimmt. Keiner hat das verstanden. Alle dachten sich, Karen kann etwas viel Besseres haben. Das mit ihm kann ihr doch unmöglich gefallen, aber auch hier hat wieder keiner etwas gesagt. Jeder kam für sich zu dem Entschluss, na gut, Karen muss das ja wissen. Wenn sie den Antrag annimmt, dann mag sie Steve ebenso, wie er ist, auch wenn er nicht so anstrengend ist, das muss Karen wissen. Die einzige, die die Beziehung ständig kommentiert hat, war Karens Schwester Coco, auch weil sie mehr wusste als die anderen. Karen hat ihr nach wie vor alles erzählt. Zu Beginn hat sie schon versucht, mit Steve zu diskutieren. Dieses Beziehungsmodell, was er da aufgestellt hat, das ist doch nichts. Karen hat, wenn er meinte, er muss ihr etwas vorschreiben, dann schon gesagt, das und das geht nicht. Ich kann mich sehr wohl noch mit Freunden treffen und auch mit Männern unterhalten, sie empfindet dabei ja nichts. Doch diese Diskussionen wurden im Laufe der Zeit immer weniger, weil wenn Karen die Regeln nicht eingehalten hat, gab Steve Szenen von sich. Bald setzt er seine Meinung auch körperlich durch. Karen hat dann irgendwann einfach alles gemacht, was er wollte. Coco hat zu ihr immer gesagt, beende die Beziehung. Was willst du mit dem? Wenn Karen Flecken an sich hatte, was auch oft der Fall war, sagte sie zu ihr, Na, immer noch der Meinung, das ist ein Traummann? Ich kann dir sagen, das ist er nicht. Karen hat ihr dann entweder gar nicht geantwortet oder Ausreden erfunden. Man kennt die Palette. Oh, das, das war die Kante in der Küche, die Treppe und so weiter. Und so ging das, bis Steve und Karen Anfang der 70er Jahre heiraten. Nach dem Abschluss bekommen beide sehr gute Jobs. Karen hat für den Start gearbeitet und Steve war Kranführer, der dauerhaft in der Nachtschicht gearbeitet hat. Sie sind nach der Hochzeit in ein Haus in Utah gezogen. Beide haben gut verdient. Wer die beiden gesehen hat, hat sich gedacht, oh, wie schön, in der Highschool kennengelernt. Jetzt bauen sie sich zusammen etwas Schönes auf. Die zwei müssen überglücklich sein. So war es aber nicht. Steve hat sich nach dem, ja, ich will, nicht verändert. Im Gegenteil, alles war nur so lange gut, solange Karen genauso war, wie Steve es haben wollte. Wenn nicht, gab es für sie die dementsprechende Reaktion. Fast sieben Jahre geht das Ganze so. Und dann hat Karen tatsächlich genug. Keiner hätte gedacht, dass dieser Tag einmal kommt, aber nach fast sieben Jahren hat es auch ihr gereicht. Das ist keine Beziehung. Diese Ehe ist ein Witz. Karen ist dann auch tatsächlich ausgezogen, zurück zu ihrer Familie. Und sie hat das auch sehr clever gemacht. Karen wusste, wenn Steve davon erfährt, wird es nur Theater geben. Sie ist direkt ausgezogen mit der Hilfe ihrer Familie. Sie hat auch gleich alle Anträge eingereicht, die sie für die Scheidung braucht. Und das würde ich auch jedem empfehlen, der in so einer Beziehung ist und vorhat zu gehen. Macht solche Aktionen niemals allein und nur mit gutem Plan. Steve musste all das dann mit sich selbst ausmachen. Und genau so gehört sich das. Er war natürlich alles andere als begeistert. Er wollte, dass sie wieder nach Hause kommt. Er sagt, diese ganzen Dinge, man kennt auch diese Palette. Also, wenn du dieses und jenes nicht gemocht hast, können wir das doch ändern. Ich kann mich ändern. Sobald Karen an einem Ort war, den Steve nicht mehr kontrollieren konnte, dann war er wieder der ruhige und schüchterne, stille Typ, der liebe Sachen sagen kann, weil er weiß, dass Karen das nicht durchschaut. Aber so war es dieses Mal nicht. Sie hatte genug. Ihre Familie war begeistert. Endlich müssen sie Steve nicht mehr sehen. Dass Karen nach fast sieben Jahren gesagt hat, jetzt ist Schluss, war aber kein Zufall. Der Grund für all das hieß Tyler Schneck. Oder auch Buff, das war sein Spitzname. Dieser Tyler hat in einem Haus gewohnt, das eine Straße weiter lag. Und eines Tages kommen er und Karen ins Gespräch. Bald wird daraus Liebe. Weil Karen sieht, wow, so einfach kann eine Beziehung sein. Schwester Coco wusste das natürlich alles schon vorher und sie hat sich sehr für Karen gefreut. Ihre Familie hat das auch sehr locker aufgenommen, weil Tyler war ein absoluter Gentleman. Er hat Karen unendlich viel Aufmerksamkeit geschenkt, war lieb, geduldig. Sie hatten viel gemeinsam, konnten sich stundenlang unterhalten. Und ja, alle waren froh. Alle dachten sich, super, endlich hat Karen jemand, der sie so behandelt, wie sie es verdient. Doch dann kam der 6. Juni 1980. Am Vormittag erhält Coco einen Anruf von ihrer Stiefmutter. Sie sagt, ihr Bruder kommt gleich zu ihr und wird sie abholen. Coco meint, das geht nicht, ich bin bei der Arbeit, ich kann jetzt nicht weg. Die Stiefmutter sagt dann, das ist jetzt gerade nicht wichtig, wir müssen zu Karen. Als die Familie am Haus von Karen und Steve ankommt, stehen bereits viele Beamte vor der Tür. Steve, der in der Nachtschicht arbeitet, ist am Morgen nach Hause gekommen und hat Karen leblos im Schlafzimmer des Hauses aufgefunden. Man kann bis jetzt sicher sagen, dass jemand in der Nacht zwischen 22 und 2 Uhr in das Haus ist und Karen im Schlafzimmer angetroffen hat. Mit dieser Person kam es dann zu einem Kampf, den Karen verloren hat. Als Steve dann Stunden später von der Arbeit nach Hause kommt, kann man bereits nichts mehr machen. Karen sollte eigentlich gar nicht in dem Haus sein. Warum war sie dort? Sie hat doch bei ihrer Familie gewohnt. Das Schlafzimmer sah dementsprechend aus. Darum wird vermutet, dass jemand, als Steve bei der Arbeit war, in das Haus ist, um nach Wertgegenständen zu suchen. Jemand, der sich dachte, sie wohnt nun woanders, er arbeitet nachts, also ist das Haus die ganze Nacht, unbeaufsichtigt. Es war ja bekannt, dass beide gut verdienen. Doch die Theorie kann nicht stimmen. Erstens, es fehlt nichts und zweitens, wer auch immer das war, Karen hat ihm oder ihr auf jeden Fall die Tür geöffnet. Wie ihr sicherlich wisst, wird in so einer Situation immer zuerst gefragt, was meinen sie, wer kommt dafür in Frage? Hier kam es dazu gar nicht. Alle haben sofort gerufen, das war Steve. Niemand anders kommt dafür in Frage. Er war nicht glücklich darüber, dass Karen endlich verstanden hat, dass sie etwas Besseres verdient. Sie durfte ja schon in der Beziehung nichts. Jetzt hat Steve sich gedacht, eine Scheidung? Nö, niemand darf sie haben. Steve wird umgehend einkassiert. Er schildert das Ganze natürlich anders. Er meint, ich weiß, wie all das hier aussieht, aber sie müssen mir glauben, ich war das nicht. Ich habe Karen sehr geliebt. Steve erzählt dann, sie war in dieser Nacht im Haus, weil sie wohl kurz davor waren, ihrer Beziehung nochmal eine Chance zu geben. Das Mitteiler war vorbei. Steve und Karen waren sich einig, sie wollen es mit ihrer Ehe noch einmal versuchen. Karen war im Haus, weil der siebte Hochzeitstag vor der Tür stand, ebenso wie Steves Geburtstag. Diese Tage wollten sie zusammen verbringen. Am Abend zuvor waren sie gemeinsam essen. Alles war gut, mal abgesehen davon. Er war als Ehemann vielleicht kein Musterbeispiel, aber so wie ihre Familie das erzählt, war er nicht. Dass man Steve nicht glaubt, wird sicher keinen von euch überraschen. Die Beamten, die diesen Fall bearbeiten, denken sich auch, das Ganze ist ja wohl klar. Steve wollte Karen von Anfang an für sich. Sie war dabei zu gehen, er wollte das nicht wahrhaben und er hat entschieden, dass sie keiner bekommt. Steve hat die Möglichkeit dazu gehabt. Vom Zeitfenster her war er zwei Stunden anwesend. Um Mitternacht ist er zur Arbeit. Steve darf dann aber nach Hause gehen, weil an Karen waren Flecken im Schulterbereich. Sie hat in ihren letzten Minuten auch ordentlich ausgeteilt, um aus der Situation herauszukommen. Die Person, die in dieser Nacht im Haus war, muss dementsprechend aussehen. Und an Steve gab es keinerlei Anzeichen dafür, dass er erst kürzlich mit jemandem eine Kabelei hatte. Und sein Arbeitgeber bestätigt, dass er die ganze Zeit anwesend war. Steve wurde dann gebeten, eine Liste zu schreiben. Was denkt er? Wer hat das gemacht? Tatsächlich fallen ihm einige Namen ein, weil das Paar hatte einen großen Freundeskreis und sowohl Steve als auch Karen waren die Sorte Freunde, wo du einfach so vorbeikommen konntest. Steve hat eine Liste geschrieben von Personen, wo Karen zu jeder Uhrzeit die Tür aufmachen würde. Und diese Liste war, wie gesagt, lang. Hauptsächlich Arbeitskollegen. Ganz oben steht aber auch noch ein anderer Name, nämlich Tyler. Steve meinte, Tyler hat schon lange auf seine Chance bei Karen gewartet. Er war nicht glücklich darüber, dass sie jetzt die Scheidung doch nicht wollte. Dieser Tyler wird dann auch zum Gespräch gebeten. Und was er den Beamten sagt, ist sehr verblüffend. Er ist auch wie Karens Familie der Meinung, dass das Steve war. Er meint, dass was Steve sagt, stimmt überhaupt nicht. Von wegen Karen wollte zu ihm zurück. Im Gegenteil, Tyler und sie wollten demnächst heiraten. Also alles sprach eigentlich für die Theorie, dass Steve für all das verantwortlich ist. Aber wie hat er es geschafft? Er war sicher die ganze Zeit bei der Arbeit. Und auch wenn er es irgendwie fertig gebracht hätte, in einer Pause wegzugehen, es fehlen ja die Spuren an ihm. Die Beamten bieten Steve an dieser Stelle an, er soll doch einen Test machen. Wenn er wirklich gar nichts damit zu tun hat, wird der Lügendetektor das zeigen. Und Steve fällt durch. Darf aber wieder nach Hause gehen, weil die Beweise nicht reichen. Die Beamten brauchen mehr Informationen, wenn sie Steve einkassieren wollen. Jede Person aus Karens Freundeskreis wird befragt. Alle sagen, es war Steve. Es muss so sein. Es kann nicht anders sein. Er hat schon in den letzten Jahren immer wieder zu Karen gesagt, das wird passieren, wenn sie meint, sie kann gehen. Die Beamten wissen nicht, was sie machen sollen. Es war Steve, ganz sicher. Auch wenn noch nicht alle Details Sinn ergeben. Wie hat er es nur gemacht? Die Beamten haben dann einfach etwas ausprobiert. Sie haben Steve einkassiert, den Sachverhalt an ein Gericht weitergegeben. Man hat das begründet mit dem Test, den Steve nicht bestanden hat. Das Ganze ging dann über Monate hin und her. Man hat dann Steve angeboten, wenn er sagt, was in jener Nacht war, kriegt er weniger, als das Gesetz es vorschreibt. Aber Steve bleibt dabei. Er hat sich an dem Abend um Mitternacht von seiner Frau verabschiedet. Da war noch alles gut. Sie ist dann ins Bett. Er war bis morgens bei der Arbeit. Sein Arbeitgeber kann das bestätigen. Und dann kam auch noch etwas. Also das gibt es wirklich selten. Einige Beweise waren weg. Jemand hat wohl beim Aussortieren nicht aufgepasst. Das kam also auch noch hinzu. Nach sechs Monaten hat dann ein Gericht entschieden, dass es zu keinem Prozess kommen wird. Steve darf nach Hause. Mal wieder. Karens Familie muss nun damit klarkommen, dass sie nicht mehr da ist und dass die Person, die dafür verantwortlich ist, damit durchgekommen ist. Die Tage werden zu Wochen und die Monate zu Jahren. Die Beamten haben Karen nie vergessen. Der Fall war auch unter den Kollegen, die danach kamen, immer sehr bekannt. Alle paar Jahre hat sich jemand die Ordner dazu rausgesucht und alles noch einmal angeguckt. Ganze 26 Jahre später gibt ein Beamter die Beweise, die noch da waren, weiter an ein Labor. DNA-Tests gab es 1980 noch nicht. Der erste Fall, der damit gelöst wurde, war 1988 in England. Aufbewahrt wurde unter anderem Karens Fingernagel und Kleidung. Als die Ergebnisse dann da waren, konnte das, was drin stand, keiner glauben. In dem Bericht geht hervor, dass man neben Karen noch eine andere Spur gefunden hat. Diese ist von Steve, aber sie reicht nicht aus. Was bedeutet das jetzt? Also wir alle tragen Merkmale an uns von Personen, mit denen wir unseren Alltag verbringen. Ganz automatisch haben wir Dinge an uns wie Haare. Das kommt an uns über Berührungen, über den Teppich, Dinge wie Handtücher. Und genau das meinte dieser Bericht. Karen war ja in der Nacht des 6. Juni im ehemals gemeinsamen Haus. Und der Bericht ist sich sicher, es gab Kontakt zwischen Karen und Steve, aber es war oberflächlich. Ein Austausch, der stattfindet bei einer zum Beispiel Umarmung, beim Händeschütteln oder beim Nebeneinandersitzen in einem Restaurant. Steve war es wirklich nicht. Aber der Text geht noch weiter. Neben Karen und Steve gibt es noch eine dritte Spur. Diese gehört Ed Owens. Wer ist jetzt dieser Ed Owens? Ich habe euch doch erzählt, ganz am Anfang sollte Steve eine Liste anfertigen von Personen, wo Karen zu jeder Zeit die Tür aufmachen würde, weil gute Freunde. Ed Owens war ein Name auf der Liste. Er war ein Arbeitskollege von Steve. Beide haben in derselben Firma gearbeitet, nur unterschiedliche Abteilungen. Er war bei ihnen oft im Haus. Nach der Arbeit hat man sich immer wieder mal zusammengesetzt. Man hat diesen Ed Owens damals schon befragt. Er hatte sogar Streifen an den Armen und im Gesicht. Aber er meinte nur, ja, das käme von der Arbeit. Er arbeitet in der Produktion. Da ist es normal, dass man da immer mal wieder irgendwo kurz rankommt. Die Zeit hätte Ed auch gehabt. Er konnte locker in seiner Mittagspause von der Firma zu Karen fahren und wieder zurück, ohne dass es jemand merkt. Doch die Beamten haben sich damals so auf Steve konzentriert, weil es einfach so gut gepasst hat, dass man Ed nach seiner Aussage als überprüft abgestempelt hat. Und auch, weil sein Chef bestätigt hat, dass er die ganze Zeit bei der Arbeit war. Aber dieser Test beweist eindeutig, Ed Owens war die letzte Person, mit der Karen mehr als nahen Kontakt hatte. Und jetzt kommt etwas, das ich absolut nicht verstehen kann. Dieser Ed Owens war 26 Jahre später verheiratet, wohnte inzwischen auch wo ganz anders. Jetzt war der Fall eigentlich klar, aber man hat nur bei ihm angerufen. So nach dem Motto, hi, können Sie mal vorbeikommen, wir müssen reden. Ed hat am Telefon gesagt, ja klar, kein Thema, ich komme nächste Woche vorbei. Und naja, der Tag kam und Ed ist nicht erschienen. Sie haben dann bei ihm zu Hause angerufen und seine Frau meinte dann, ja, Ed ist nicht mehr da. Er ist vor einer Woche abgereist und hat ihr einen Brief hinterlassen. Darin stand, danke für die gemeinsame Zeit, ich bin dann mal weg. Man hat danach alle Flughäfen im Umkreis gecheckt. Ed hat einen Flug genommen nach Texas und ist von da aus dann in einen Bus gestiegen, der nach Mexiko fährt. Ich verstehe nicht, warum die dem nicht persönlich gesagt haben, dass sie mit ihm sprechen wollen. Also, dass der nicht zum Kaffeeklatsch eingeladen wird, das würde doch sofort jeder schnuppern. Warum hat man Ed so viel Zeit gegeben? Nach 26 Jahren hätte man auch noch hinfahren können und bei ihm klingeln. Der kommt nie mehr wieder. Und Karens Familie muss mal wieder damit klarkommen. Doch es geht noch weiter. Die Beamten haben es tatsächlich geschafft, Ed in Mexiko anzurufen. Das war reiner Zufall, dass sie das geschafft haben und sie haben ihm dann gesagt, entweder er steigt sofort in das nächste Flugzeug und kommt zurück oder sie machen die Geschichte öffentlich in den 5 Uhr Nachrichten. Dann weiß jeder in Amerika, wer er ist. Und aus Baden darf das dann seine Ehefrau. Er soll sich gut überlegen, ob er das will. Und Ed kommt dann zurück. Im Januar 2008 beginnt der Prozess. Ed schildert das Ganze folgendermaßen. Er sagt, seine Spur war an Karen, weil sie eine Affäre hatten. Steve hat es herausgefunden und dementsprechend reagiert. Das Gericht entscheidet darauf hin, dass sie Ed glauben. Er darf gehen. Das war einfach unglaublich. Die Beamten hatten so viel gearbeitet. Es war eigentlich alles klar und jetzt darf Ed wieder nach Hause und weitermachen. Wie die letzten 26 Jahre. Doch die Beamten geben nicht auf. Sie lassen noch einmal alles untersuchen. Das hat damals einige Monate gedauert. Und man findet schließlich an der Kleidung von Karen, die sie in jener Nacht anhatte, ganz kleine rote Punkte. Diese sind von Ed. Ed wurde damals fotografiert. Er hatte ja diese kleinen Streifen im Gesicht und an den Armen. Er sagte damals, das kommt von der Arbeit. Als der Beamte ihn 26 Jahre später fragt, woher diese sind, meinte er, ja, er hat damals mit einem kleinen Hund gespielt. Karen hat in ihren letzten Minuten alles getan, um aus der Situation herauszukommen. Sie und Ed hatten keine Affäre. Sie haben gekämpft und das beweisen diese mikroskopisch kleinen Flecken an ihrer Kleidung. Und jeder Freund von Steve und Karen sagte aus, dass Ed sehr in Karen verliebt war und dass sie ihn ignoriert hat. Niemals waren die beiden zusammen. Es folgt ein weiterer Prozess. 29 Jahre später hört Karens Familie endlich das, was sie schon immer hören wollte. Ed ist eindeutig schuldig. Doch damit gab es wieder ein Problem. Wenn so etwas nach 29 Jahren herauskommt, dann gelten da ganz andere Regeln. Die Gesetze sagen quasi, ja gut, wenn jemand so lange mit etwas durchkommt, dann ist das so gesehen auch eine Strafe. Er sollte darum nur fünf Jahre bekommen. Die Beamten haben dann einen Antrag eingereicht. Sie wollten, dass Ed nie wieder frei ist. Scheinbar gab es in den 70er Jahren mehrere Frauen, die Geschichten über Ed erzählt haben. Frauen, die direkt gesagt haben, er hatte mit mir das gleiche vor wie mit Karen. Einmal im Jahre 1969 und einmal im Jahre 1973. Diese Frauen haben es am Ende immer geschafft, von ihm wegzukommen. Und Ed hat dafür aber nie etwas bekommen. Es hieß immer nur, die Beweise reichen nicht. Man wollte eine von diesen Frauen besuchen und fragen, ob sie eventuell ihre Geschichte öffentlich machen könnten, damit man quasi zeigen kann, Ed verdient diese Fünf-Jahres-Regel nicht. Doch es kam dann wieder alles anders. Ed hat dann ein Statement gemacht. Er meinte, ja, er war die letzte Person, die Kontakt zu Karen hatte. Aber es war alles ganz anders. Es war ein Auftrag. Steve wollte Karen loswerden. Er hat ihm viel Geld angeboten, wenn er das macht. Die Hälfte der Versicherungssumme sollte er dafür bekommen. Er war nicht glücklich darüber, dass Karen einen anderen hatte. Niemand sollte sie haben. Die Beamten sind sich sicher. Das stimmt nicht. Ed war heimlich in Karen verliebt. Und er wusste durch Steve, dass Karen an diesem Abend im Haus war. In seiner Mittagspause, während Steve bei der Arbeit war, hatte er genug Zeit, ins Haus zu gehen. Am Ende kann keiner mehr sagen, welche Version stimmt. Ed bekommt dann etwas, das nennt sich Fünf-Jahre auf unbestimmte Zeit. Das heißt, irgendwann mal werden sich die dafür zuständigen, den Fall noch einmal ansehen und entscheiden, ob Ed gehen darf. Betonung liegt auf Irgendwann mal. Diese Leute haben keine Lust, sich mit diesem Fall zu beschäftigen. Ed muss, wenn da Bewegung reinkommen soll, selbst einen Antrag stellen und man geht davon aus, dass dieser abgelehnt wird. Das war ein Fall, in dem es mehr als eine Wendung gibt. Ich muss ehrlich sagen, ich habe am Anfang auch die ganze Zeit gedacht, es war Steve. Wir hatten ja sowas schon so oft, aber nein. Dieses Mal war die Lösung weit weg von allen Klischees. Für Karens Familie freut es mich sehr. Endlich wissen sie die Wahrheit und sie haben ihre Ruhe. Die Arbeit der Beamten war hier unglaublich. 29 Jahre war das, was Karen passiert ist, ein Geheimnis. Wie immer frage ich zum Schluss, wer kannte diese Geschichte? Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.